Arstel Arstel ist ein Hafenort auf Bornholm Hintergrund Arstel ist ein kleiner Hafenort an der Ostküste von Bornholm, zwischen den Städten Zwarnecke und Nexö gelegen. Der kleine Ort liegt um das für einen so recht kleinen Ort verhältnismäßig große Hafenbecken herum, das die frühere Bedeutung des Fischfangs im Ort symbolisiert. Auch wenn die Bedeutung der Fischerei stark abgenommen hat, auch von den ehemals mehreren Räuchereien ist nur noch eine im Betrieb, gibt es noch einige Fischerboote, die hier ihren Heimathafen haben. Neben Fischfang und Räucherei sorgte für über 100 Jahre auch die Mühle oberhalb des Ortes für einen Wirtschaftsfaktor des Ortes, sie ist bis heute funktionsfähig und wird als Museumsmühle betrieben. Auch Arstel ist, wie die meisten Orte Bornholms, nicht von der Abnahme der Bevölkerungszahlen verschont geblieben, kontinuierlich sank die Zahl der Bevölkerung von 525 in Jahr 2000 auf 431 im Jahr 2014. Dennoch bemüht man sich im Ort aktiv, ein Gemeindeleben zu erhalten, wozu der von einem Verein getragene kleine Laden, Köpmand, ebenso beiträgt wie das Bürgerhaus. In Arstel Urlaub zu machen, bedeutet einen ruhigen und beschaulichen Ort als Stützpunkt für Ausflüge in die anderen Teile der Insel zu haben. Und wer nur auf der Durchreise ist, sollte nicht nur an der Mühle an der Hauptstraße halten, sondern auch einen Abstecher in den Ortskern, zum Hafen und zur Räucherei unternehmen. Mit dem Flugzeug der einzige Flughafen Bornholms liegt südlich der Hauptstadt Rönne. Mit dem Bus folgende Buslinien der Bad verbinden Arstel mit dem Rest der Insel. Linie 3, Linie 5 in umgekehrter Fahrtrichtung, und andere über Rönne, Flughafen, Nailars, Akirkeby, Nexö, Arstel, Schwannecke, Östermarie, Österalars, Arsberle, Knutsker. Linie 7, Linie 8 in umgekehrter Fahrtrichtung, Rönne, Hassle, Weng, Hammerschuss, Senwi, Allinge, Gutjimm, Listet, Schwannecke, Joboland, Arstel, Nexö, Balca, Snogbeck, Bederskirke, Akirkeby, Arnaga, Flughafen Rönne. Diese Linie ist die touristische Buslinie Bornholms und verkehrt außerhalb der Sommersaison mit reduziertem Takt. Auf der Straße die Sekunderroute, die an der gesamten Ostküste von Allinge über Gutjimm bis nach Nexö führt, verläuft auch durch Arstel. Aus Rönne kommend fährt man die 38 bis Nexö und dann auf der 158 nach Arstel, 35 Kilometer, oder durch Allmendingen über Östermarie, 33 Kilometer. Mit dem Schiff es gibt keine Schiffsverbindung nach Arstel. Sportboote finden Liegeplätze im Hafen und gute Sanitäreinrichtungen beim Köpmand. Hafenplan und Infos zur Ansteuerung hier. Hafenmeister Telefonnummer plus 45, 56, 496917. Mit dem Fahrrad die Nationalradroute 10, die Bornholm rund einmal um die gesamte Insel führt durch Arstel. Zu Fuß der Küststie, der ehemalige Seenotrettungsweg, führt als Wanderweg einmal um die Insel und dabei auch durch Arstel, auf der Etappe zwischen Zwanecke und Nexö. Mobilität Arstel lässt sich gut zu Fuß erkunden, auch wenn man zur Mühle ein paar Schritte mehr und dazu den Hügel hinauf bewältigen muss. Parkplätze befinden sich in größerer Zahl rund um den Hafen, und auch direkt an der Mühle gibt es Parkplätze. Sicherheit Die Polizei von Bornholm hat ihren Sitz in Röhne, Telefonnummer plus 45, 56, 901448.